Aber heißt, du ziehst auch ganz schön vom Leder. Muss die Kamera auch so sagen, ja? Ich gehöre dir auch ja auch dazu. Ja, ich brauche auch keine Live-Schaltung, um ehrlich zu sein. Wozu? Wir unterhalten uns, die Leute hören uns zu. Und wir uns nicht zuhören will, der zieht dann bitte einfach weiter, dann ist das auch in Ordnung, ja? Oder beteiligt euch am Gespräch, aber verschont mich mit irgendeiner Gülle, ja? So, und jetzt haben wir das alle durchgekaut und die Koffer war verständlich und einleuchtend. Ihr wollt mich nicht kennen, ich schwör euch das. Ihr wollt mich nicht kennen, nee. Schon ganz gut, dass ihr auf Abstand seid. Mit Siegfried Schneck sollte man sich besser nicht anlegen. Trügerisch. Oh, wie so trügerisch sind Weiber Herzen. Sie wollen lachen, sie wollen scherzen.